123 live sind nicht live funktionär bild und den törn aber er hat sich auch zur klappe hallo die jürgen ist wenn das dann am chat kein kein mensch hast du oh wie traurig ich bin ganz lang ganz lang in meinem video chat ah Giselle hast du moya Giselle Sarah hast du moya Jürgen moya kritikin an Sarah den ton ist gut merci da das wichtig Sarah schreibt mir sind du perfekt no longer listless moya maja hout mache ich seit 4 jahre 60 aus dem buch schweizer die lütze bei ich niveau a2 und das in der deel dann niveau a21 dann niveau a22 und das heuers niveau a21 moya katja das das ein foto die ich bei uns flash von tun und da weiß ich nicht mehr indianapolis ich meine eine stunde dabei und da gesagt die Gesichter Faces und das auch Thema von der lektion haut also ich fange direkt um der lektion weil das ziemlich viel mit hier ja gehe ich mal das mal angucken pdf erstmal für dich mal mein webcam und gucken ob die funktioniert 1 2 3 weiß ich nicht äh ja die pdf da Seite 64 und Kapitel ist der charakter und immer die nummer 83 äh leuchtet gespräch äh liest beschreibungen von der feier zeichen oder den höchst schlag schwein schof und gs liest texte nach ein streichtadjektive die der charakter beschreiben also wie zum beispiel ehrlösch oder sensibel und so weiter aber so lange so ob position also rät vom substantiv dann ändert nicht also längst da muss passen männlich weiblich zusätzlich seien plurale und so weiter dann oder worterklärungen liest beschreibungen von der leid was für ein charaktereschaft passt kreizt und und dann der punkt feier beschreibt ich selber mei roberto was für charaktereschaften wird beschreibt ich selber mit drei oder vier adjektiven aber wie immer auch zusatzmaterial moja da proposieren ich aufhängen mit der audios datei 83 und im momentchen die 83 dauert zwei minuten da lauscht römer ich mein Ton aus lauscht das gespräch an liest beschreibungen von der feier sterren schen guck einmal hier an der zeitung steht so etwas lest du ich fand das interessant an der 10. chinesische sterren schen 1975 da warst du ein chinesische sterren sensibel hier nicht konflikte nicht an das gehe bei der familie oder bei der kollegen hier nur der größte herz an das immer helft berät an das immer helft schei an unsichern schei an unsichern sind nicht nicht aber was steht bei dir ist es sin schei schei ein schei ist intelligent und elegant sie geht Geri Rau, anders heisst du aber auch ein bisschen Liedrisch. Sie ist interessiert durch Kultur, Philosophie und anders immer fürwitzig für neue Sachen kennenzulernen. Wow, diese Beschreibung ist wirklich nicht schlecht. Hi, du könnt Marcel. Mal gucken, ob seine Beschreibung auch stimmt. Marcel, was für ein Jahrgang warst du? 1971. Ähm, Marcel, pardon, aber du warst ein Schwein. Was klüft? Am chinesischen Horoskop passt du ein Schwein. Ah. Das Schwein ist nicht gerne lang und er wird ja dafür oft Leute bei sich heim. Er hat ganz schön Reis an Hilfsberät und hört viel Freude. Ohne Motivation ist das Schwein auch immer Liedrisch. Na ja, ganz korrekt, dass du das auch nicht erwähnt. Ich bin immer Liedrisch. Mein Frau ist 1979 geboren. Was ist sie denn? Denk frei als ein Geiss oder als Hof. Die Schof als ein Familienmünsch und er ist gehrt auch ihm. Er hat das ordentlich und pünktlich, er probiert, immer alles gut zu organisieren. Er hat das auch materialistisch und knickig, er geht nicht gehe etwas in Wäsch. Läustert den Dialog. Nathalie und Simon schwätzen über die Schauspieler Claudio Torres. Was ist die Schauspieler Claudio Torres? der Pascal hast du salut Pascal und na da guten Abend es ist zwei Leute die gucken fantastisch vielen Dank meine ein kleines Worterklärung eher leichter sensibel honnett honest helft spirit präta Idee always ready to help shy das wie am Englischen to be shy timid unser wie sie denn aus unser und ja das alles rät außer grüß du grüßt herz das ist mein Tee weil herz ist sehr schlisch 1971 ist nicht gelang generais helft spirit liderisch lazy parasse intelligente elegante liderisch parasse lazy fivertisch curieux curious wouldn't lich c'est c'est la personne aime que les choses soient bien rangées une chambre bien rangée wouldn't lich punk lich alors not too late matérialistisch aknekisch avare doesn't want to spend money voilà voilà hoi den info serviable merci ja für her lufs berät dann hüda am zusatz material beschreibung von den 12 c am zusatz mater da gucken wir manchen schicken und ein kras mancher strunken das sei 19 ja das sei 16 zusatz materie sind wala und oder danach trat die büffe ochs den tiger den hüsten drach dragon attack schlag perz schoof ges den af den hunden hond und schwein voilà könnte dann rader merci ordonné merci sarah kankfro so pass was ging es auch nicht ich mache dann nur die alten übungen die machen man da tun wir gemacht so das material ah ja ist interessant das flotte wurde erklärung ich gucke muss ein bisschen groß mehr da dann ja vielleicht ein bisschen mehr hier sieht man wo ist la verität ein hr ls hat lfk almen hat as hal of spirit stu se t tu stab Josiane schafft nicht gerne viel, oder fleißig. C'est le contraire de Paris. So she's not lazy. Denn Alexandre geht nicht gerne so in Haus, hier ist knickig. Das Verb ausgehen, dépenser, to spend. Et nicht gerne, without pleasure, sans plaisir. De Philippe veut oder wollt immer alles wissen, hier ist vierwitzig. Hat fünnt sich selber immens schön. Hat das agebild. Also truf, elle meint très belle. Agebild. Salut Liam. Tchetsch, Katja. Ich wissen, was das ist, Tchetsch. Agebild. Ich gucke, was Agebild ist. Agebild. Vaniteux. Ein büdeser Person. Conceited. Self-important. Voilà. Josiane als leaderisch. Elle est paresseuse. Hat schafft nicht gerne viel. Oh, sorry, ich habe schon nicht aufgepasst. Hat das leaderisch. Ja, merci. Das ist einfach gut. Das ist einfach gut, dass der mich kontrolliert. Also, ich habe nicht gerne viel. Das leaderisch. Hier geht nicht gerne so. Wenn ihr es knickert. Ihr wollt immer alles wissen. Wenn ihr es vierwitzig. Hat fünnt sich selber immens. Schön hat das agebild. Wenn ihr es oft schlecht gelaunt. Wenn ihr es... Ah, weiß der doch. Il montre es auch. Si. Ich schau's it. Wenn ihr es kranzig. Grand scheu. Bad mood. Sylvie schafft viel für seine Ambitionen zu realisieren. Sylvie hat als ehrgeizig. Ambitious. Ah, miserell. Ich habe einen falschen Knäppchen gedrückt. Ja. Merci, merci, merci. Ja. Äh. 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 Liam schreift. Ich schwärze seinen Mammenspruch. Liam, du sprichst Polnisch. Und Katja schreift. Das mache ich nur Polnisch. Ich schuke durch, dass du alle Sprüche kannst. Kannst. Nicht mehr Gesichter. Ja, sorry. No longer listless. Ich habe nicht aufgepasst. Äh. Ja. Ich weiß auch nicht, wo wir uns sind. Ich habe nicht gesehen. Aber äh. Den du eigentlichen siehst. Den ist schon interessant. Du hast äh. 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 Sind wir da erklärt. Der hüttert auch äh. 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 Also, erhütter. Die wir da, die man führt. Und in der Strachrunde. Für den Charakter zu beschreiben. Äh. 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 Und der. Josie und Schaffnetke. Äh. 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 Salut Pascal. Ich bin Sharon. Hahaha. Hahaha. Gute Witz. Merci. Hahaha. 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 Du wirst zu viel über mich. You know too much about me. So. Oh. Ah ja. Nummer 5. Was für Charakter ist es hofft nur dir? Beschreib ich selber mal drei oder vier Adjektive. Liam schreibt. Ich kann immer ne bisschen Polnisch. Aber etwas schwer. Sorry Katja. Ich kann auch Polnisch. Jetzt ist äh. 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 Ja. Das ist die Best. Ja. Weil du kannst es selber beschreiben. Äh. Person wirst du dich kriegen? Ne? Sein Charakter. Das ist alle wunderschön. Das ist ja klar. Ähm. Mit seinem Charakter. Das ist bestimmt alle gut mega sympathisch. Und das ist alle mega lief. Und das ist alle schei. Äh. Ne? Ich will kein Apps schreiben. Boah. Dann äh. Geht es weiter mit der Seite 65. Ähm. Läuftet den Dialog. Das sind zwei Personen. Sie schwätzen über den Schauspieler Claudio Torres. Was für Adjektive benutzen sie? Äh. Schreibt ein N oder ein S bei Adjektiv. Also. Schöneres. Intelligent. Hellesprit. Allen. Knickisch. Egoistisch. Flott. Muskulais. Dick. Ungepflecht. Elegant. Ja. Und du nur. Wenn ihr es hier in Schwarz zu zweit. Er widerspricht ihr. Also. Die Nähe seht ihn aus schön. Und die Nähe seht ihn aus schön. Und die Nähe seht ihn aus nicht schön. Ich fiedere Katzen. Auf fünf Minuten sind die Sturkatz. Kein Problem. Also. Beschreib dich einmal Adjektive. Ehrecharakter. Äh. Ja. Also. Hina ist flott und elegant. Ne. Ich fand ihn nicht. Hina ist allen und ungepflecht. Ungepflecht. Das mal reiser. Mal so. Hina ist schöne Reis. Hina ist nicht. Hina ist nicht. Hina ist. Hina ist. Also. Und dann machen wir noch die Übung. Am Zusatzmaterial. Also. Äh. Da lauscht er mal. Der Numero. Äh. Das ist ein. Äh. Exercius für zu lauschen. Und dann musst du eben N oder S antippen. 84. Wo hast du denn das? So. Und dann machen wir den Ton ein. Läustert den Dialog. Nathalie und Simon schwätzen über die Schauspieler Claudio Torres. Was für Adjektive benutzt Nathalie? A was für Adjektive benutzt Simon? Schreift ein N oder ein S bei der Adjektive. Hörst du den neuen Film am Claudio Torres schon gesehen? Ich fand ein Hina ist so flott und elegant. Hina ist muskulös und hier nur schön an. Wir sehen nicht mehr gut aus. Hina hat auch im Menschenreis einen Hilfsberät. Also. Wie sieht das dann? Man hat schon eine Zeitschrift gelesen. Hina hat viel zu viel karitativ Organisationen gespendet. Und intelligent als Hina auch. Hina hat letzte Woche an einer Quittsendung 1 Mio. Euro gewonnen. Also, ich meine, du bist nicht gut informiert. Gucke mal hier. Eine Menge Zeitschrift. Also ein Foto von Claudio. Ungeschminkt. Und nicht rasiert. Sondesmues und weh für beide Bäcker. Dennoch ist doch nicht flott und elegant. Hei geseitchen Ellen, ungeflascht und ziemlich dick aus. Oh ja. Du hast recht. Und hei steht, hier wird knickisch und egoistisch. Die Spenden an Quittschaue sind gut für Reklame zu machen. Hm. Zwei verschiedene Zeitschriften. Zwei verschiedene Porträte. Lauschtet den Dialog. Not der. Wollah, heute gut aufgepasst. Pöts soignet. Ungeflascht. Ja. Möje nachschied. Dann gucken wir mal aus der Lesungen nun. Also N. Das ist alles positiv. Schöneres, intelligent, helfsberät. Flott muskulärs. Aber ich weiß nicht ob das positiv ist. Aber auch die Muskeln sind sehr positiv. Ist es positiv zu haben? Muskeln? Und elegant. Der negativ ist alles den Ess. Ellen, knickisch, egoistisch, dick, ungeflascht. Ähm. Ich weiß nicht ob knickisch negativ ist. Ich weiß nicht, ob knickisch negativ ist. Ich finde knickisch immer cool. Knickisch ist cool. Radin. Ja. If you don't want to spend money. Ne. Ja. Das war dann die nächste Szice. Da könnt ihr eben der Geisendeal machen. Einer's schöne Reis. Einer's knickisch. Einer's hollesberät. Einer's egoistisch. Einer's intelligent. Einer's dumm. Und so weiter. Geseisterliam. Für Freya. Geseisterliam. Geseisterliam. Einer's. Geseisterliam. Geseisterliam. Einer's. Übung am Zusatzmaterial. Was tun sie dann da? Ah. Du unserem flottkettischer. Ja. Und du da halt zum Beispiel fleißig. Und die Geisendeal liderisch. Und da könnt ihr die rausschneiden. Und Schüler schaffen zu zwei an zwei. Oder eine kleine Gruppe. Und er probieren sich zu widersprechen. Widersprechen. Zu kontradieren. Ah. Ich bin arrogant. Nee. Du bist helfsbereit. Oder. Ich bin langweilig. Nee. Du bist sympathisch. Oder whatever. Äh. Für muskuläste sie mengenisch. Also. Alli ähm. Fragen hören gerne muskuläste Männer. Interessante Theorie. No longer listless. Seit der Anfang vom Corona-Fiaskus. Sind ich mehr angeflägt. Männer gepflägt. Ich knäcke ich. Männer muskuläste an mein Deck. Äh. Äh. Mehr abgepasst. Das ist nicht gut für den Cholesterol. Move your body. Beweg dich. Für. S'entrainer. Du musst wieder Pascal. Immer Sport machen. Ökonomik. Schreifte. Ja. Äh. Radin ist nicht positiv. Das ist nicht gut für die Reprise. Ökonomik. Okay. Ich verstehe. Bueno. Äh. Dann. Äh. Was tun wir nach. Äh. Auf dem Zusatzmaterial. Hast du nach eine Übung. Die do. Und dann. Hi. Sicht Adjektive erfüllt. Texte fertig aus. Schaffst du zwei. Willst du als eine neue Mutter. Hab ich das schon gesehen. Ich fand ihn hier ein bisschen angebild. Ah. Ne. Ich fand ihn hier sympathisch. Ich mein ihn hier aus. An. Man ey. Hier nass. An. So kennst du dem Nadja sein neuer Freund. Hier nass nicht allen. Und ziemlich intelligent. Ja. Du hast recht. Ich fand ihn hier noch. Und. Also das ist Seite 19. Und äh. Du fandet Lesung. Hm. Wo gibt es die. 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 Ja. Da lesen sich nicht. 4 und ichみたい Rücken aus. 138 % und geht noch mehr Mmalen auf 50 prozent oder und ich mach mein Photoshop mit die Kamera ausgepackt. So, höre da mich, geseh da mich, ja. Liam sieht, ich bin da höheren, aber frage, können das richtig so sein? Ja. Ich weiß nicht, ob sie eigentlich so sein. Zum Beispiel, ey, du bist du als eine neue Mutter, habe ich das schon gesehen, ich fand ihn hier ein bisschen abgebildet. Ah, nee, ich fand ihn hier sympathisch, ich meine, er ist knickig und arrogant, aber nee, er ist schon eine riesige Scheu. So, kannst du dir nicht als eine neue Freundin, er ist nicht alle, dann ziemlich intelligent. Ja, du bist recht, ich fand ihn hier auch flott, aber nicht dumm. Gucken wir mal die Fotos hier, die sind ja total allmodisch, old-fashioned, vieux, vieux, ugedohen. Oh, funster, ich fand ihn da modern, serieux. Hier ist mein neue Muppe, der Ballot, hier ist ganz leif, nice. Hier gesagt, aber aggressiv aus. Kommt, nicht Mino, ich fährt ihn hin. Don't get closer to me. Ne m'approchez pas, j'ai peur des chiens. Voilà, das war das schon im nächsten Super-Exercise. Und da gehen wir zurück, wenn ich da gucke, seht ich den Namen so nicht, weil... Red für den Exercise könnte man da nur... Ah ja, das ist den da. Und possessiv, ja. Da gehen wir zurück an das Buch, und da haben wir dann... Ah, ich muss schon zurückschalten, sonst sieht das nicht nicht. Da haben wir hier eine Machtübung am Zusatzmaterial gemacht. Kommt mal bei der Buchstabe G. Und der Buchstabe G, der kann ihn auf viele verschiedene Manieren ausschätzen. Das ist ein Problem. Der Liam freht, für weiter ist es nicht schön. Ich weiß es nicht, Liam. Degustibus non estis butandum. Äh, do. Also, wat steht denn do? 150. Lauschtet wir da schwärzte hart no? Für die von ihr steht die phonetische Transcription. Kennen die wissen, dass dann do der G, oder das G, J, KURREL, DACH, Dialog, DICH, oder Es steht schön zum Schluss von der Sätze, aber für mich ist es falsch. Ich weiß auch nicht genau, wo die Passage ist, aber ich gucke mal, dass er nur nennt und schickt sich da ein Mail. Also, wie gesagt, bei der Ausspruch, äh, da das dann do numero äh, Äh, da könnt ihr du heben, gut hart no schwärzen, ha? Repeat at home. Repete à la maison. Lauschtet wir da, schwärzte hart no? G. GART, TIGER, GEMÈS, FRIGO, GICHE, GLASS, J, GENIE, SPIEJÄL, SPIEJÄL, RÉGIÄŋ, GILÄH, BEWEGEN, RÄH, KURÄL, JURÄNT, FURÄL, JURÄNT, DACH, VERTRAG, KURÄNT, DIALOG, KATALOG, DROG, SH, DIESH, GARAGE, METESH, BÄLESH, FUFZESH. Lauschtet? HÄL, 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 CH, GÄL, BÄL, ZÄL, HEI diferen? THÄL, TÄL, DACH, Gischee Gloss. Für Schweste sind die G-d-O-Aus-G. Für wat? Franzese-Schwäder. Orientiert jetzt nun Franzese. Genie. Spiegel. I-G-E. Antige als auch I-G-E. Genie, Spiegel, Region. Genie, Gillee, Abweegem. Kurel. C'est la munition qu'on met dans un revolver. Jurent, Furel. L'oiseau, the bird. Den Dach, le jour. Fatrach, de contract. Dialog, Katalog, Druck. Dich, just the pluriel von Dach, les jours. Garage, Mittisch, Bellisch, A-50. Voilà. Den Nengfro. Problema sta de jour dolo. Que muster are canon. I cannot see a pattern where I say, oh, you always pronounce it like this, if. Il faut le prononcer toujours comme ça, si il est suivi. Si vous voyez là quelque chose, une logique. If you see a logic behind this, please let me know. And then, Liest, elle l'austert wieder, schreibt an die richter Schlin. Fliecher, gut, bierch, durrend, lach, grog, zwerch, regal, genial, zei desch. Und die mussten dann auch an die Dotterei irgendwo dabei gesagt gehen. Dann, lauscht er mal nachher. Okay, ja, also, dat, as dann, merci, Lia, mesch gucke ma dat, anu. As dann, am den Rieschel, is it the end rule? Ja, that is a major problem, I know. So, äh, so, äh, sechsen nacht. Lauscht er wieder, schweizt ze hart nu. G, gart. Liest, er lauscht er wieder, schreift ze an die richter Schlin. Fliecher. Gut. Briecher. Bierch. Durrent. Lach. Grog. Zwerch. Regal Genial Zeitig Läscht das Beschreibung von der Profile an Also, zeitig, das ist für die Mühre, reib und du willst wahrscheinlich wissen, was Durant ist. Da gehe ich an den LOD gucken. Durant. Qualities, Charakter, Traits. Traits de Charakter. Voilà, Leve Leut. Also, das ist nicht einfach, das richtig auszuschätzen. Anderfrohensaheinah fand nach vier, dafür die drei Kategorien. Garde, Gemäß, Genie. Gefällt mir Kindern. Tisch. Hunde, Möle, Genie. Abends mal G für Gilets, Genereis. Gucken wir erst die Lesungen nun. Also, hier wurde doch. Gut, Regal. Fliege, genial. Durant, Lach, Krok. Bier, zwerch, zwerch, c'est anin. Das ist ein Dwarf und zeitisch. Möch, Ripe. Tiptop. Und dann geht es weiter. Seit 1966. A Casting. Vertu, schreibt Katja. Merci. Casting. Also, du sie leidt, die sich schon einen Platz an einem Film oder ein Theaterstück. An lauscht das Beschreibung von den Profilen annotiert. Annotiert Informationen an Steckbrever. Steckbrever. Short notices. Small letters. Steckbrever. Wow. Dann mal dann das Profil von den Männern. Greis, den Alter, den ausgesehenen südländischen Tipp Brongentain. Dunkel ansprochen. Der Profil von den Frauen greis, ausgesehenen hell an. Ansprochen. Möcher, oder lauscht ihr mal da? Das ist der Nummer 87. 80. Läscht das Beschreibung von den Profilern annotiert Informationen an Steckbrever. An sechs Wochen fängt ein Turnage von meinen neuen Filmen an mich suchen nach verschiedenen Schauspielern. Wir suchen das Profilern. Erstens, Männer von südländischem Tipp. Dunkelhoher an einen an die Brongentain. Tüsch und Uschzing an 60 Jahre. Ungefäuer 1,70 Meter groß, nicht dick. Langhoher, e-Bert oder e-Schnauz. Kein Tätowährungen am Gesicht, um Hals oder ob den Händen. Männer sollen gut Französisch schwätzen, ohne litzbäuerchen Akzent. Zweitens, Frauen zwischen 25 und 40 Jahre. Blondhoher, hell an an hellen Teint im Gesicht. Piercingen an Tätowährungen sind ein Plus. Die Frage soll noch ziemlich groß sein, mehr wie 1,70 Meter. Sie soll lützebäuerisch, englisch und eventuell einen skandinavischen Spruch sprechen. Sie dir interessiert? Da kommt den 10. April um 10 Uhr auf den Knüddler. Da ist ein grosses Casting, an der kriegt Chance, fährt Schauspieltalent direkt oder spontan für eine qualifizierte Jury zu weisen. Lerstatt beschreibt Ja, guck mal, als hell an Leser Claire Bright Eyes you say like that? Bright Eyes Zusatzmaterial Lesungen Lesungen, okay. Also, gräst 1,70 Meter Alter 18 bis 60 Jahre südländischen Tipp Brungen Tint Französisch wird Tint ein Bart oder eine Schnauz Moustache dunkel lang hohe dunkel an dick kein Tätowährungen Sprache Französisch Profil von der Frau Plus also mehrgrosse 1,70 Meter Alter 25 bis 40 ausgesehen Blond hohe hell an hell an piercings an Tätowierungen Sprache in Lützebüsch Englisch oder ein Skandinavisch Spruch Voilà das ist der Profil und da könnt der Nächste das auch mit flotten Exerci oder all die Leute die sich für Stelle kommen Lerst der Interview wir könnt er froh für eine Rolle vom Film zu kreieren und er streicht die Positivpunkte bei alle Personen also das ist ein Audio 1,80 bis 90 und dann hat er eine Madame mit Mikro das ist Mikro das ist kein Glas und hier hat er ein Monsieur mit Mikro und die Madame die interviewt hier und sie interviewt hier und hier sie interviewt hier sie und sie interviewt sie und die zwei Personen das die Schwester waren der Sisters also mal drei Interviewen ein für den her 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 die zwei schwester und hier andere sind eine leid die hätten auch gerne einen platz schul und so was ja also haben wir hier ein rot und dann lauscht wir das ist die Nummer wie viel 18 bis 90 da lauscht mal den 18 80 lest er lauscht die interviewen wir können der froh für eine Rolle am Film zu kriegen und er streich die positive Punkte bei alle Personen und Bonjour darf ich ihr ein paar froh stellen ja sicher wie sie dir ob die die kommen für heute auf der Casting zu kommen mein kann er gemeint ich kann gut an de Profil passen ich sind Italiener ich ein deister hoher an eine schöne Brungentein mein Beard an mein schnauz sind zwar schon ein bisschen groß aber ich mein das ist kein Problem ah ja und ich sie nicht tätowiert ja er hat ausgesehen passt perfekt ich wünsche ihr viel Glück zwei Mojön wie geht Mojön mir geht gut merci mir ist ein bisschen abgeregt also bist du nervös weinst dem casting ja es will Schauspieler gehen an der ist eine super Chance mit hoher sind zu hell und schon kein Bart und keine Schnauz mit hoher kann ich auch füllen und den Bart auch passen es schon wirklich viel talent drei Mojön ihr seid bestimmt auch wenn es im casting hat ja natürlich hat ihr eine Chance für eine Rolle zu kriegen was meinst ihr ja natürlich ein gris ein hoher farf und ein haut farf passen tip top an der profil und schon außerdem ein gross tätowierung um rick und noch viel piercing mein Schwester hat doch ein ganz anderen Stil ja mit tätowierungen und piercing sind ja auch keine Obligation ich fanden ist schon alles für Superstar zu gehen ja der Sonnebrill hörst du ja schon la wow hol dir dann froh aus frohe nur frohe auch menschlich wie meinst du das frohe nur frohe ja ich frohe nur ich frohe die frohe denke nur bis nur frohe bis nur gucke ja also positiv da ist der hohe schöne braun und tan bis die gröne tot wehrt das passt also hei bei dem profil von den leid diese sischen hier ein bisschen abgericht nervös nervös wenigst akkus because ja hier sind sehr hell aber die kann nicht färben you can put color on them oder bad bad up passion you can glue stick bad oder hohe etwas froh stelle liam oder eng froh stellen ist besser ja aber ich froh nur ich sehe die nicht froh und eng froh nur normalerweise nicht außer liam der war das und dann die zwei madame die sind bestimmt auch wenn es im casting ist sicher den man schuld ja wo dir ein chance ice gris ice ho hat an ice haut hat passen die match sa correspond bien an hat ein gross tetow ein um rek wow an or phil piercing en min schwester hat o ganz andere style me tetow eine piercing sie aucun obligation je trouve que j tout pour devenir superstar I have everything to become a superstar ein lot ridrigol ja du hast ja schon de sonnebrun de sunglasses merci oder den eng froh nee dat war dann seit 66 da kommen man op seit 67 wo dir die feuer person im bild von sie ist dich en einer person raus aber schreift sie ihre partner muss rote wie nicht as machen zum beispiel das ein frage lang blont hohe ist tätowiert zu den klang rot prosch den orangen rock und ein klang rot porsche orangen rock das dann madame hai das bald selvest aber die hat ein rot rock dann wie geht weiter am punkt feuer list erfüllt den text fertig aus guckt an der tabelle für die richtige possessiv artikel zu fannen ja joh hallo die feuer macht zahra den herr carvello und daniel oder carvello aus der zf ich weiß nicht und hier ist die jury und da sind die vier kandidaten und die jury die sie beschwetzen das und die Funktion von dem exerzis ist für die possessiv zu trainieren und possessiv tabelle die von dahe jupi du hast possessiv tabelle ich du hier hat sie mir dir sie und dann du mein 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 männlich weiblich sächlich plurial weiblich und plurial ist selwisch sächlich und männlich ist nicht immer selwisch du könnt den t hirt eist er und so weiter leuchtet gespräche alle und kontrolliert macht dübungen am zusatz materia maja also da tut er dann du heben alles präpariert für erst zu füllen ich gucke ich weiß nicht an direkt lesung und das dati nummer wo ist dati nummer 91 bis 93 ok dann teilen wir ja nur gemacht das ist der Text schön proper, schön groß und du siehst da alle können es an der Fettschrift bold, en gras das sind Possessivartikel und du musst da mal passen also sing oder sein ding, dein, hier, hier da luisteren wir also das war hat sich das richtig aber nicht da gehen ich gucken gucken wir mal ob das klappt im Auge zwei Moin, wie geht es? Moin, mir geht es gut, merci lauscht das Gespräch schauello a kontrollejad und den Herr Carvelio a super genäht da zie ich mir sein Ausgesinn as perfekt für den Film sein Hautfarf sein Hoherfarf sein Akzent alles passt Herr Carvelio vielmals merci dat ihr bei eisem Casting matt gemacht habt er hat Ausgesinn passt perfekt an der Präsentation war gut die kriegt ein Roll zwei ich habe nur Talent aber hier passt nicht an der Profil sein Hoher und sein Haut sind zu hell er hat sich auch schoßt halb Portugies sein Papa ist Portugies mit seinem Mann als Lützebäuerin er hat auch zehn Jahre aber hier gesagt nach mir jung aus sein Gesicht ohne Bär der Schnauz wirkt nicht auf Wissen Daniel es ist das immens leid aber du kriegst leider keine Rolle am Film die Präsentation war gut aber den Ausgesinn passt leider nicht an der Profil drei die zwei Schwestern sind ganz interessant sie haben eine gute Präsentation auf der Bühne sie sind flott an passend an der Profil sie sind groß ihr Haut als Hell an ihr Hoher sind blond aber wir von diesen zwei sollen wir holen kommt wir schweizen nach ein paar ja Martinen Moje Sarah Moje Martha wir sind ganz interessiert aber noch nicht desider wir von ihr zwei sollen wir holen Sarah was meinst du ich bin ganz interessiert und motiviert für beim Filmen zu machen ich denke meine Präsentation war gut und ich kann gut an einem Team schaffen und meine Tätowährungen sind auch ein Vierdeel was meinst du machen meine Schwester ist keine Schauspielerin ich aber meine Präsentation war perfekt und mein Ausgesinn ist auch perfekt Tätowährungen und Piersingen kann ich ja noch machen aber wenn ich geliebt kann es richtig liest und lauscht der Texte voilà das war der Text also der Jury seht ihr mir Caravello alles super sein Ausgesinn Ausgesinn ist sächlich sing Hautfarf hoher Farf das ist weiblich und sein Akzent das ist männlich und lauscht schätzen sie mal Themen äh 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 Physik äh äh passt perfekt ja äh äh dann äh 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 Plurell Singhaut weiblich sei Pop männlich sing man weiblich sei Gesicht sächlich hier wirkt nicht er wissen er ne fär äh 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 he doesn't look like an adult hallo dann schwätzen sie mam daniel an das on se ding präsentation dein ausgesehen malheureusement sammach spa weg le poffi an die zu schwestern ja sie sie groß hier haut leur po der skin hier ho sie blond ja das hell hier ho sie blond an sie wissen einfach nicht ob sie zahre sollen oder macht da oder flott vier matt zermachen und zertischt verb partikel ein verb mein präsentation mein tätowierungen das mein präsentation ist weiblich mein tätowierungen ist pluriel mein schwester ist weiblich und so weiter äh hat schweiz nicht gut über seine schwester hat sie meine schwester ist keine schauspielerin ich aber also ist nicht ganz leif da kann ihr nur machen on imitere ces tatouages aber kein richtig pas de vrai s'il plaît voilà do you have a question macht übungen am zusatz material guckt meist nach zusatz material und zwar das von der seite sieben das sechs liest den text erfüllt die richtig possessiv pronomen aus das den her und madame reuter alle die sie gehen auf das polis büro weil madame hier poche verlor hat sie hat perdu sein sac man sie muss da also für alle auf das rei oppassen sie c'est madame hier 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 und da schwarzen so nach er er ja ja durch viele lo die information ich ging erst direkt lesung weisen im moment schon ich gebe sie raus da misst heisen seit nee da lesen sich erst den text für meurer mustafa ja also sie sind zu zwei den herr madame reuter Sie gehen zu zweit auf der Polisbüro. Madame, hier. Sans sagt. Herr Reuter. Guten Abend, mein Name ist Reuter. Mein Frau wird hier poschen. Wir wollen eine Deklaration der Pärten machen. So, she lost her handbag. And now they go to the police. Mein Name, mein Frau, hier poschen. Der Polizist. Das können wir direkt machen. Dann gibt mir Ihren Namen. E-Adress, wenn ich geliebt. Ich brauche das für ein Dossier. Ja, natürlich. Mein Name ist Roger Reuter. Und meine Frau ist Bea Reuter-Weber. Eis, weiblich, nötere. Eis-Adress auf 122 Routage, 11-1943 Hollerisch. Polizist. Gut, Madame Reuter. Wie gesagt, er poschen aus. De quoi ça a l'air? What does it look like? Ze, ça c'est le pronom qu'on reprend en poche. Elle, das meiste groß. Brung an aus Lieder. Ein ganz normal poche. Also, er wird vertrend. What was inside? Qu'est-ce qui était à l'intérieur? Mein Portemonnaie? Mein Handy? Mein Brühl? Männlich. Mein Schlüssel? Mein Schlüssel, pluriel. Mein Kies, mein Klee. Dann hat er ein Agenda. Er hat ein Lippenstift an neus Schnappeschen. Oder neus Schnappeschen. Handkerchiefs, die Mouchoir. Wie gesagt, er Portemonnaie aus. A wat war dran? Mein Portemonnaie aus Orange. Ich hat mein Karteidentité. Mein Führerschein. Führerschein. Permis de conduire. Driving License. Zwei Kreditkarten an auch etwas zu suchen dran. Wo dir droge durchscht, für ehe Kreditkarte sperren zu lossen, pour les bloquer. Pluriel. Ja, natürlich. Gut, schon alles notiert. Dir könnt nachher öner schreiben. You can sign your name. Der Liam Fred kann das auch Singpost an dem, an dem echte Satz sehen. An dem Position Satz als männlich. Mein Frau hört Singpost voll. Nee. Weil mein Frau, das ist an dieser Kategorie. Sie. It's the formal you. Mein Mädchen. Das wir hat. Mein Mädchen hört Singpost voll. Mein Frau hört Heerpost voll. I know it's a subtle difference, but that's details, isn't it? Das sind die Details. Voilà. Wird Ihnen froh? Do you have a question? Was könnt ihr als nächstes? Hat er das auch noch ein Exerzis für Zeit 760? Guckt Bild von der Frau. Eher Partner hört auch ein Bild von hier. Mit kind acht Unentscheidern, weil das auch nicht fand den Unentscheidern durch die Frau. Ah, okay. Hier sind die acht Unentscheidern. Also das sind dann zwei Fotos. Und dann muss der Neeson so den Blue Blues. Ah, so den Blue Blues mit tüppeln. A, die Frau hört Langhoher. B, wenn ihr das Foto guckt, die Frau hört Kurzhoher. Clever. Sie hört keine Brille. Sie hört eine Brille. Hier bloß als Unis bloß. Hier bloß als bloß mit weißen Tüppeln. Liam, aber hier kennt sie eine Frau. Ja, Liam. Wir sprechen hier mit einer fremden Person, einem Polizisten. Ich gehe auch hier so. It's formal. It's strange, I know. Hier bloß als Unis bloß. Hier bloß als bloß mit weißen Tüppeln. Hier schüttt es lang. Hier schüttt es kurz. Die Frau hat es geschminkt. Sie hat es nicht geschminkt. Sie hört ein Rimmun. Sie hört kein Rimmun. Sie hört ein Kleing Posch. Sie hört ein Graus Posch. Sie hört Taläcke schon. Sie hört schon auch nicht Taläcke. Ja, das sind dann auch schon. Das ist dann auch schon. Tipptopp. Hört Ihnen froh? Was ist denn da? Hey, das ist der Schluss. Super. Dann, wir sind auch schon mal fertig. Könnt nach Zeit A, das ist sich, die manchmal, um roten Teppisch, top auf flop, liest er lauscht den Text da. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann muss ich auch kommentieren. Schreibt ein kleines Text, wie bei der Bilder 1, 2, 4, 5, allerst ein hart für. Ja, wen als Top, wen als Flop, um roten Teppisch, so le Tapirou, an donno, könnt op eebleck. Hey, das ist schon der Resümee. Ja, die letzte Seite von der Grammaire. Da tun wir alles gesehen. Adjektiv längs. Artikel defini, accentué, mat, Adjektiv, de komparativ, unprocessiv. Artikel. Landerlei, die Huse, etwas Klangs gemacht, ich war vielmals zu Lützeburg. Ja, ich wüsste, das war ein Quitz am Zusatzmaterial, könnte man das vielleicht auch machen. Andernos, Kapitel A, 2, fertig, da könnte ein Klangwiederholung und so weiter. Auch mal ein bisschen Material für es zu mesieren. Voilà, dear life light, oh, wird ich nicht froh? Dann gehen Sie zurück an mein Handmenü. Ja, da ist meine Webcam. Also guckt, da ist auch Exorcist.alou, ne? Grammaire.alou, schon bei Exorcist.alou eine ganze Reihe neue Exorcister gemacht. Ich wollte auch halt mal der Spiele, ich musste Programm fertig machen, und voilà, ich hoffe, du hättest auch ein bisschen etwas gelehrt, etwas Interessant, und ihr könnt euch auch dann nachher gucken, ob YouTube auch nachher, 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 mein Buch, bis es am Kapaz. Und Liam, hier so, ihr schreibt, diese Vegan kannst du am Atelier beschreiben, wenn ihr mehr sie, wenn ihr mehr hart benutzen. Gern, Liam. Also, nichts leichter als das. That's an easy one. Das ist ja fast sie. Ja, das ist natürlich am Englischen das ist natürlich super, weil du siehst einfach nur sie, am Franzischen auch elle. Mein Mann eben den Unentschädchen hat, tut, wo ihr Mann, informell, als sie, wo wo ihr Mann, Formell. und ich kenne mein Mann, I know my mother, aber wenn ich über mein Mann schätze, if I talk about my mother, I say sie. So, that's the way it goes. Kein Problem mit Non-Binary Oplätze bei euch. Liam, ist das besser kompliziert? Natürlich. Otherwise, I'd be jobless. Das ist gerade nicht binär. Das nennt Null oder Eend. Das macht Nuancen. Shades of Grey. Ja, Zing Auer, das war dann bald der Schluss vom A2 und ich mache immer der Schluss dann. Also, wir sind uns jetzt mit der Lektion fertig, also noch die zwei Seiten und man steht auch noch. Und dann machen wir im Grammar.lu, Exerciz.lu und andere Sachen. Was wollte ich noch sagen? Ja, guckt jetzt Exerciz.lu oder Grammar.lu und Mö aus deinem Video Chat um 21 Auer. Ja. Bis Mö um 21 Auer. Vergiss mich nicht, don't forget mich. Ja, passt da bitte auf. Am Moment gesagt, das nicht so gut aus, heutzutage zu Lützebüch, he? In Sinn Römer, äh, ich kann nicht da nach weisen. Äh, du. In Sinn Römer, Corona-Fall heutzutage, he? zu Lützebüch, den Herr Minister fordert restriktionen an privaten. Jo, da gucken wir ein, äh, dann gucken wir Okay. Ja, vielen Mö zu messi. Passt gut ob ihr Job. Wiederholt heuernds du, der Teu läuft und dann ein aggerabel schön nöcht. Bis hoffentlich morgen.